Hallo, heute haben wir den Worschecks vor dem Segnar der Contista-Devang. In den Worschecks haben wir eine Geschichte namens der Contista gelesen. Die Geschichte, die bei der Geschichte sind auch eine Geschichte, weil der ein Starter ist. Wir werden ihre Leben mit einer Geschichte zu unterbreiten. Jetzt bist du eine Weg, geben wir dir Lesentipps. Erstens, fertigen Sie auch die Lesungen mit ihrer eigenen Erfahrung, füllen Sie sich in die Geschichte hinein. Zweitens, meistern Sie komplexe Leserfähigkeiten und denken uns, alle anderen Kontexte zu erleichtern. Und drittens, schätzen Sie bienfettige Lesarten, die Diversifizierung des Wortes. Das sind die Strukturen und die Art des Literarischen Textes. Füllen Sie in der Lage, die Diversifizierung mit ihren Kontexte in der Verbreitung zu bringen, wenn diese Verbreitung über die Interpretation der Arme gelebt ist. Das ist alles für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.